Immer wieder stellt sich die Frage, welchem Umstand Heilbronn sein Erscheinen in einem literarischen Text zu verdanken hat. Das ist manchmal eine Frage von geradezu existenzieller Bedeutung, etwa wenn es um das Hauptstück der Heilbronner Literaturidentität geht, also dem Käthchen um das Käthchen von Heilbronn. Oder es ist eine eher nebensächliche Frage, wenn es etwa um das Gedicht »Die Schildkröte« von Christian Morgenstern geht. Hier fällt der Name Heilbronn wohl auch, weil es sich so schön reimt. Die Schildkröte Ich bin nun tausend Jahre alt und werde täglich älter. Der guten König Theobald erzog mich im Behälter. Seitdem ist mancherlei geschehen, doch ich weiß nichts davon. Zur Zeit, da lässt für Geld mich sehen ein Kaufmann zu Heilbronn. Ich kenne nicht das Todesbild und nicht des Sterbensnöte. Ich bin die Schild, ich bin die Schild, ich bin die Schildkröte. Das Morgensterngedicht assoziiert die Stadt Heilbronn als Kaufmannsstadt, als Krämerstadt. Und da liegt womöglich auch eine Verbindung zum ehemaligen Heilbronner Oberbürgermeister Paul Hegelmeier. Hegelmeier hat bei seinem Abschied aus dem Amt, seinem Abschied aus Heilbronn ein Gedicht hinterlassen, das in dem bösen Wort von Heilbronn als Stadt der Krämerseelen gipfelt. Abschied von Heilbronn Leck mich im Arsch, du Stadt der Krämerseelen, ich blas aus dir heut meinen Abschiedsmarsch. An Narrenstreichen wird es mir euch fehlen, doch mehr an Licht leckt mich im Arsch. Mein Willkommen einst war fast zu überschwänglich, der Abschied scheint vielleicht etwas zu barsch. Das kommt daher, wir kannten uns zu wenig, jetzt aber nur zu gut, leckt mich im Arsch. Ich weiß nicht, ob es eine Verbindung zwischen Christian Morgenstern und Paul Hegelmeier gibt, zwischen Morgenstern und Heilbronn, aber beide Gedichte stammen aus derselben Zeit. Hegelmeier schied 1904 aus dem Amt, die Galgenlieder von Morgenstern erschienen 1905. Vielleicht lohnt er ein Blick in die Morgenstern-Forschung, in den Briefwechsel, in die Korrespondenzen. Ich weiß es nicht, ob er Kontakt zu Heilbronn hatte. Immerhin für 1900 wird ein Aufenthalt Morgensterns in Heidelberg genannt. Tag mit den Augenstern ab 05. Das ist gut, ich weiß es nicht. Übrigens kurz. Tömer 2. Tag mit dem Augenstern ab 05. Tag mit dem Augenstern aus dem Augenstern aus dem Augenstern aus dem Augenstern. generic mit dem Augenstern. Nichts wie in der Augenstern aus dem Augenstern aus dem Augenstern. Vielen Dank.